Das war echt stark von dir, in Ernst. Also die Frage hätte ich nicht so gut antworten. Zweitligisten, 2-22, 2-23. Hamburg, Sandhausen, Kiel. Pauli, dann Regensburg, Karlsruhe, Braunschwein. Bundesligisten, 2-23. Köln, Dortmund, Gladbach, Berlin, Union Berlin, Leverkusen, Leipzig, Augsburg. Zeit, okay. Ich muss mich konzentrieren. Deutscher Meister. Bayern, Kaislautern, Dortmund, Gladbach, Eintracht, Bremen, Wolfsburg. Köln. Köln, dein Köln. Köln, Köln. Ist doch richtig. Eintracht war auch Meister? Ja. Das war echt stark von dir, in Ernst. Also die Frage hätte ich nicht so gut antworten. Kaislautern und so hat es auch gestimmt, ne? Ja. Ja, klar doch. Ja, klar doch. Champions-League-Sieger seit 1992. Chelsea, Barcelona, Real Madrid. BVB. 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 Oh. Salih Özcan, Kobel. Boah, ist auch einfach. Hauptstädte der Welt. Wie der Welt? Hauptstädte einfach. Einfach, egal welches Land. Berlin. Warum bist du so, ja? Ich hab grad so einen Blackout, ne? Ankara. Ähm. Paris ist eine schöne Stadt, aber, ne? Ja. Super kann. Was machst du? Ich hatte 800 Gedanken, ne? Uh. DFB-Pokalsaison. Sieger. Leipzig. BVB. Dortmund. Eintracht. BVB. Dortmund. Warte. Du sagst. Ja, also Dortmund. Ey, stoppen. Ey, mach was Einfaches. Sonst gibt's Stress. Geht los? Ja. Nachbarländer von Deutschland. Holland, Frankreich, Schweiz, Österreich. Ähm. Polen. Boah. Boah. Die sind einfach wieder Blackout wahrscheinlich. Zehn Politiker. Einfach zehn Politiker? Nein, Alter. Ich hätt grad Politiker im Kopf, ne? Ich hör. Okay, ich spike jetzt. WM-Gastgeberländer. Die in Zukunft kommen oder die vorhanden waren? Das sind Regierer Politiker, ne? Der überlegt ja. Gute Frage, oder? Nein, nein, ich überleg nicht. Ernst. Katar, mein ich. Deswegen ist mir ja direkt Katar in meinen Kopf gekommen. Dann starte ich die Uhr jetzt. Ähm. Katar. Brasilien. Ähm. Italien. Spanien? Ne. Bin ich mal gespannt. Deutsche Bundesländer. Hessen. Berlin. Hamburg. Ähm. Nordrhein-Westfalen. Schleswig-Holstein. Thüringen. Bayern. Ähm. Bad Gürt. Neuzugänge. 22, 23. Beim BVB. Halea. Schlotterbeck. Adeyemi. Özcan. Mayer. Hm. Hm. Ist... Ich glaube... Und? Hat irgendwo gewonnen, ne? Begen Sie den Blackout, sag ich.